Hallo zusammen, ich bin Melanie Wieniger und ihr schaut das WebTV der Schweizer Illustrierten. Müt, aber überglücklich zu mögeln, die Whitney Toiloi besicht den Heiz in Verdun, mit dabei ihre ganze Familie. Nach den anstrengenden ersten Tagen als Neue Miss Schweiz geniesst Whitney die Zeit mit ihren Liebsten umso mehr. Sobald ich das Wort Familie höre, denke ich an es zusammen sein und an Zusammenhalt. Wir machen sehr viel zusammen und sind füreinander da. Wir reden viel miteinander und auch wenn wir es manchmal nicht so gut zusammen haben, sind wir gleich eine Familie, die sehr eng zusammen ist. Whitney hat zwei Schwestern, die 15-jährige Mathilda und die 11-jährige Ava. Für sie ist ihre berühmte Schwester etwas ganz Spezielles. Ich bin ziemlich stolz und es ist auch ein wenig komisch. Aber jetzt habe ich sie schon auf ein paar Zeitungen gesehen und jetzt verstand ich langsam auch, was passiert ist. Als Whitney so alt war wie ihre kleine Schwester jetzt, war sie noch viel wilder als heute. Sie hatte immer Temperament und sie wollte alles machen, sie spricht viel und sie ist sehr extravertin. Ja, das sagt man schon. Das ist überhaupt nicht ruhig. Ich kann das nur bestätigen. Ganz so wild wie im Kindesalter ist Whitney zwei nicht mehr. Lebensfroh und spontan ist sie aber immer noch. Das zeigt unter anderem ihr lauten Lachen. Das Lachen ist auch schon seit dem Anfang ihrer Beziehung mit Karim ein Thema. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich kann sie ihr Lachen noch vor der Miss Schweizwahl ändern. Nein, im Ernst, ich finde Whitney sollte natürlich bleiben. Und ihr spezielles Lachen macht sicher auch ihren Charme aus. Ich kann auf meine Sprachwahl achten und freundlich lächeln. Aber so sehr ich es auch probieren, mein Lachen kann ich nicht ändern. Bis jetzt hat das auffällige Lachen der jungen Beziehung aber nicht geschadet. Seit vier Monaten sind die beiden zusammen und sichtlich über beide Ohren verliebt. So verliebt, dass sogar eine eigene Familie bereits ein Thema ist. Ja, wir reden von Zeit zu Zeit darüber. Ich habe das Gefühl, dass Karim die richtige Person ist. Es ist zwar momentan noch eher ein Traum, aber eine Familie mit Karim, das ist schon etwas, was ich später machen will. Aber bis es so weit ist, haben die beiden ja noch ganz viel Zeit. Ihre Schweizer Illustrierte jetzt am Kiosk und im Briefkasten. Und nicht vergessen, nächste Woche mit dem Lifestyle-Magazin «Auto».